Hallo, mein Name ist Stefan Storn. Ich sammle seit 25 Jahren Sneaker. Hier seht ihr einen kleinen Teil aus meiner Kollektion. Also, ich zeige euch hier aus meiner Kollektion jetzt den Nike SB Mondrian Dunk. Er ist inspiriert bei Piet Mondrian. Er war ein holländischer Künstler. Für mich ist dieser Schuh einfach ein mega schöner Schuh durch die Farben, durch die Materialien. Und er zählt auf jeden Fall sicher zu einem meiner ältesten Nike SB Dunks. Und hier zeige ich euch jetzt einen Schuh, der quasi von Flowers for Society ist. Das ist eine neue Marke. Erst seit zwei Jahren gibt es diese Marke. Gegründet von Teliaga. Kennen vielleicht die einen oder anderen von Adidas noch. Er war zuständig für die ganzen Special Projects bei Adidas. Das ist jetzt auch die allererste Farbe, das allererste Modell, was er rausgebracht hat. Hier zeige ich euch meinen letzten Sneaker. Und zwar ist es der Kangaroo Shoe Made in Germany Fiaka. Ist handgemacht in Deutschland. Es gibt davon 510 Paar weltweit. Er ist leider jetzt nur noch am Sammelmarkt erhältlich. Nicht mehr im normalen Handel. Für mich war es halt eine der genialsten Geschichten, weil ich da mitdesignen durfte. Wir durften generell unsere ganzen Inspirationen mit reinbringen in dieses Schuhmodell. Von den Materialien, von der Story. Und ich bin natürlich als Schuhsammler sehr stolz, dass das eigene Logo hinten auf der Ferse auch präsent ist. Und er lebt halt durch Details, durch die Materialien und durch die Story. Und dementsprechend ist das einer meiner Favorite Schuhe.